Du solltest dich in deiner Verfassung nicht mehr beamen. Das kann dich töten. Das willst du doch. Wenn ich das wollte, würdest du nicht mehr hier sitzen. Ich will dich zurückbringen, mehr nicht. Wieso bist du hier? Aus demselben Grund, aus dem du hier bist, verstehst du? Das hier ist unser Platz. Nach wie vor. Nein. In das hier wollten wir unseren Platz wieder verwandeln. Wir wollten, dass unsere Zukunft wieder lebenswert wird. Was? Ich meine, du auch. Es war naiv zu denken, wir könnten irgendwas ändern. Ihn aufhalten. So habe ich dich noch nie reden hören. So warst du früher nicht. Und das war falsch. Was ist nur mit dir passiert? Wie hat er dich umgedreht? Das ist doch vollkommen uninteressant. Wichtig ist im Moment nur, dass ich dir deine Zauberkräfte noch nicht nehmen konnte. Und wenn ich das nicht zu Ende führe, dann wirst du sterben. Es ist wie eine Infektion. Und nur ich habe das richtige Serum. Hier oder dort, ich bin sowieso tot. Nein. Er hat mir sein Wort gegeben, dass er dir nichts tut. Oh bitte, Chris. Jetzt mach es nicht schwerer, als es sein muss. Er hat mir sein, dass ich wieder was. Ich witchuaier dir nichts. Das ist wirklich ich... ... ... ... ... Vielen Dank.